Mein Name ist Michael Porz, ich bin der geschäftsführende Einrichtungsleiter hier im Antoniusheim und wir suchen Sie. Unser Zentrum bietet die Wohnformen vollstationäre Pflege mit insgesamt 145 Plätzen und die Wohnform betreutes Wohnen mit insgesamt 80 Plätzen ab. Wir sind kooperatives Mitglied der Caritas Diözese Limburg und insofern spielt Glaube und Tradition auch bei uns eine wesentliche Rolle. Aber wir sind ein multikulturelles Team. Als Pflegefachfrau oder Pflegefachmann unterstützen Sie unser Team, egal ob Sie eine dreijährig abgeschlossene Ausbildung in der Alten- oder der Krankenpflege haben. 110 aktive Mitarbeiterinnen bringen sich hier täglich mit ihrer Kreativität und Freude im Pflegealltag ein. Unsere Teamstruktur ist dynamisch, heißt von jungen Auszubildenden bis hin zu erfahrenen gestandenen Mitarbeitern. Hallo, mein Name ist Doreen, ich bin seit 16 Jahren im Betrieb als Gesundheits- und Krankenpflegerin. Mein Schwerpunkt ist Praxisanleitung und Wundmanagement. Eine zuverlässige Dienst-, Freizeit- und Urlaubsplanung ist Teamsache. Hallo, ich bin der Matthias Bröker, bin seit 16 Jahren hier in der Einrichtung. Ich arbeite hier als Wohnbereichsleitung und als Pflegefachkraft eng im Team mit verschiedenen Mitarbeitern Qualifikationen zusammen. Ihre Vergütung richtet sich nach den Arbeitsvertragsrichtlinien der Caritas. Zusätzlich zahlen wir Ihnen Weihnachtsgeld und eine Betriebsrente. Ganzjährig stehen Ihnen die unterschiedlichsten Fort- und Weiterbildungen zur Verfügung. Wenn Sie sich jetzt angesprochen fühlen und neugierig auf uns geworden sind, dann gehen Sie bitte auf den unten stehenden Link, beantworten uns ein paar Fragen und wir melden uns zeitnah bei Ihnen. Dann gehen Sie bitte auf den unten stehenden Link, beantworten uns ein paar Fragen und ein paar Fragen und ein paar Fragen und ein paar Fragen. Dann gehen Sie bitte auf den unten stehenden Link.